Auf einer Baustelle wurden zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Eine Bombe ist explodiert. Mehrere Bauarbeiter wurden dabei verletzt. Brände sind ausgebrochen. Rette alle verletzten Bauarbeiter und lösche alle Brände. Entschärfe die zweite Bombe, ehe sie auch noch explodiert. Und halte Schaulustige davon ab, die Rettungsarbeiten zu behindern. Wenn du Retter bei der Arbeit siehst, dann solltest du immer darauf achten, Abstand zu halten, damit du dich nicht selbst in Gefahr bringst und die Retter nicht bei ihrer Arbeit behinderst. Kranfahrzeug Auf dem Weg Klicke auf ein Notarzt Okay Klicke auf eine verletzte Person, um sie zu behandeln. Achte dann auf die Zustandsanzeige des Patienten. Feuerwehrmann 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 Tanklöschfahrzeug Wir drücken ihn durchgeführt. Klicke auf ein Feuer, um es zu löschen. Feuerwehrmann mit Löschschlag Klicke auf einen Hydranten Notarzt Okay Kranfahrzeug Sanitäterteam Schon unterwegs Klicke auf einen transportfähigen Patienten, um ihn in einen Rettungstransportwagen zu bringen. Anschne... Tanklöschfahrzeug Sonne Licht Klicke auf ein Feuer, um es zu löschen. Notarzt Okay Sanitäterteam Schon unterwegs Klicke auf einen transportfähigen Patienten Polizist Los geht's Klicke auf einen Schaulustigen, um ihn wegzuschicken. Achtung! Ein paar Schaulustige versuchen, auf das Baustellengelände zu gelangen. Wir müssen sie wegschicken. Das dient ihrer eigenen Sicherheit. Verstanden. Auf den Weg! Es ist okay. Ist okay. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Und erledigt. Und erledigt. Auf dem Weg. Tanklöschfahrzeug. Klicke auf ein Feuer, um es zu löschen. Du hast alle Brände gelöscht, alle Opfer abtransportiert und die Bombe hast du auch entschärft. Glückwunsch! Damit hast du diesen Einsatz erfolgreich abgeschlossen.